Ja, liebe gute Freunde, was läuft da beim Baueraussee? Ich rote Kartoffeln auf einem Bio-Hof. Bio-Saat-Kartoffeln sind wir am roten. Und geht gar nicht schlecht. Wir fahren, wenn es nicht viele Steine hat, 2,6 kmh. Die Erde ist schön, nicht knollig, lässt sich gut aussieben. Das ist eben gut. Gute Bio-Erbe. Ja, im Moment 2,8 kmh. Gar nicht so schlecht, diese Geschwindigkeit. Dieser Boden lässt sich gut aussieben. Wie gesagt, ein guter Bio-Boden. Wie viele Freunde, wie man am Abend auf dem Baueraussee mit der Anne auf dem Blumenfeld, diese drei Kubikken aus dem Wasser, werden da Dentalien mit dem Schlauch gegeben. Die brauchen Wasser, damit sie da schön nennen können. Abonniert den Wasser bei Dentalien. Ich habe eine gute Idee, die Sauberin des RätsküAnse,